Aber ich möchte trotzdem Wartet kurz, wartet kurz Noch was? Nee, bitte geh einfach, ich kann nicht mehr Die Roboter Ich sag euch aber, wirklich ungelogen, es wurde leichter am Ende und es lag nicht an meinen verbesserten Spiel-Skills Meine Theorie ist, dass das Spiel so programmiert ist, dass es leichter wird am Ende und ich weiß nicht, was ich davon halte Dieser Sieg fühlt sich auf jeden Fall gerade nicht so gut an, wie er sollte Was ist denn, was ist das? Ich kann nicht bändigen Okay Was passiert hier? Ich hasse alles Ich habe die drei Roboter gehasst Von Anfang an Hä, der ist doch dead! Okay, ist er auch Gut Man ist auch ultra langsam Holy shit Ist man langsam Oh no, oh no, I'm dead I'm dead I'm dead Ich bin einfach alles nochmal, ne? Einfach das komplette Spiel nochmal durch Boom Boom Ja, jetzt ohne Scheiß Oh Gott, ist das anstrengend Man ist halt so Unfassbar langsam Es fühlt sich an, als würde ich dieses Spiel lecken Und also, wenn das so aussieht, nein Das Spiel leckt nicht Es ist einfach wirklich so lahm Au Ich komme da auch nicht raus What the What the Hilfe Hilfe Was ist denn hier los? Ich will das alles nicht Ich will, dass es endet Kann es bitte einfach vorbei sein? Das ist kein schönes Level Hallo, ist hier noch ein Lebenskristall irgendwo in so einem Auto? Wäre highly appreciated, danke Okay Jawohl Okay Okay Das haben wir geschafft Was passiert jetzt? Was? Nee, jetzt ist Schluss Ich möchte nicht mehr Ist das euer Ernst? Aua Ich bin hier weg Ich bin hier weg Aua 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 Nein, noch bin ich am Leben Also gleich nicht mehr Aber, aber Okay Alter Falter Wie viele Also, wie groß sollen das Was Wie groß soll das denn noch werden Alles? Holy guacamole Is over Be thankful Your spirit Is not far To travel Oh 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 Ich bin richtig gut gerade Oder Okay Das war toll Klappe aufgerissen Habt ihr gesehen Ich bin gerade auf einem Luftfahrer rumgefahren Okay 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 Bei den Viechern Ist es echt super wichtig Zu blocken Tatsächlich Oh Ich habe doch geblockt Was soll das denn jetzt Warum läufst du weg? Wahrscheinlich gibt es doch eigentlich ein Boot da, ne? Ich weiß schon. Ich will das doch auch nicht tun. Ich will das wirklich auch nicht tun. Oh, Luftlevel ab! Boom, boom, boom! Okay, aber in dem Kampf habe ich jetzt schon das Gefühl, dass ich besser geworden bin im Spiel. So, da habe ich das Gefühl, dass ich einfach richtig timen muss und dann geht das schon. Wir haben es geschafft! Wirklich, mehr von euch? Oh, das ist der Anfang. Das war die erste Sequenz, die wir gespielt haben. Ja, das ist das, wo ich jetzt voll auf die Fresse kriege, na, ist klar. All are one, ja, wir sind alle eins. Das ist aber nicht... Okay. Ich habe Gänsehaut, ne? Ich habe Gänsehaut. Avatar State? Oh! Yes! Give it up, Hoju! The Avatar is back! Oh! Wirklich? Alles? Ist das... So, da ist noch einer, ja? Du noch? Ich lieb alles daran. Bring it on! Was? Was machst du da? Oh Gott, wir haben dieses Kapitel geschafft. Halleluja, ey! Noch ein Kapitel? Noch ein Kapitel, ehrlich jetzt? Okay. Okay. So, jetzt kommen wir auch in Koras Ruhm. Toll. Nein, nein, nein. So. Oh. Okay, los geht's. Jetzt haben wir auch Heilwasser dabei. Mal gucken, ob wir es einsetzen werden. Ich weigere mich, eigentlich. Aber ich bin kein Fug. Wenn du mich in einer Krieg, tausende Jahre vorhin hast, bin ich gebeten, zu meditieren, in der spirituelle Welt, zu suchen Immortität. Und nach vielen Jahren, zu suchen, habe ich herausgefunden, eine Technik, die mich wiederum machte. Eine Art, um herauszufinden, dein Chi, aus dem, was die Mystiker nennen, dein Pamchen. Sorry, aber ich benutze meine Chi jetzt. Vielleicht kannst du hier ein paar tausend Jahre mehr warten. Oh, ich glaube nicht. Meine ganze Grund, um zu leben, war so, dass ich meine Vengeance auf dich auf dich hätte. Und jetzt, dass du hier bist, kann ich beide meine Ziele auf einmal erreichen. Attack! Nein? Ich war doch gerade im Avatar-State, können wir da nicht bleiben? Ich verstehe nicht, warum wir das geändert haben. Und was ist jetzt mein Ziel? Einfach Geister verprügeln? Oh! Oh! Luftlevel ab! Nice! Okay, jetzt leveln wir mal unser Feuer noch hoch. Wir sind ja noch ein bisschen schwach auf der Brust. Das macht Spaß! Hey! Ich bin echt nicht so gut mit Feuer, ne? Feuer ist echt nicht meine Stärke. Okay. Ich bin auch nicht so gut mit Feuer, muss ich sagen. Also ich kann auch einfach nicht zielen. Also es ist einfach... Es ist nicht mein Element. Wäre so eine schlechte Feuerbändigerin gewesen. Aber ich will es wenigstens noch auf Level 6 bekommen. Hey! Hey! Hello! footballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballball Okay. Wir haben fast ein Feuer-Level ab. Autschen. Oh, jetzt bin ich aus der Erde gewechselt. Nein, das wollen wir nicht. Aua! Okay, aber... Mit Luft könnten wir das Level halt super einfach schaffen, aber ich möchte tatsächlich Feuer ein bisschen leveln. Deswegen... Verzeiht mir, wenn wir ein bisschen länger brauchen, um das zu schaffen, aber das ist mir jetzt tatsächlich ein Anliegen. Oh Gott, es brennt! Habt ihr das gesehen? Es hat einfach gebrannt. Oh, whoa, 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 okay. Oh, heilkristall. Highly appreciated. Oh Gott, da kommen ja noch mehr aus dem Boden! Ist es euer Ernst? Oh mein Gott! Oh, komm schon! Mann! Bist du so kurz... Ah, es war so kurz davor. Es war so kurz davor. Ah! Ah! Untertitelung des ZDF, 2020